Okay, weiter geht's. I got to be. Willkommen zurück. Weiter geht's bei Let's Play Elden Ring. Jetzt habe ich vergessen zu gucken, ob das hier aufnimmt. Oh, super professional. Und da nimmt es auf. Ja, 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 schön. Schön, schön. Ich erkundige... Ich erkunde weiter die nächsten Gebiete. Hier ist der Fall für den Abstieg. Deswegen machen wir hierhin ein Teleport. Also, das muss ein Glitch gewesen sein oder irgendwas beim letzten Mal, weil... Boah, schon komm ich mir jetzt mal. Keine Ahnung, warum das auf einmal so dunkel war. Ist schon wieder alles so duster. Kann man direkt mal wieder Licht machen, wa? Ja, jetzt kann ich ganz normal hier durchgehen. Was bei dir los? Kollege? Äh. Kurz Nischle. Und Hallöchen. In den Chat. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. So, hier war doch... Irgendwo das Item. Und ich war mir zu blöd das mitzunehmen, gell. Wir gucken noch erstmal die Seite an. Nö, 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 nö. Dann ist es... ...auf der anderen Seite. okay noch mal aktivieren fuck me ich habe den sprung nicht geschafft und auf der kompletten anderen seite ist ist der zugang den ich nehmen muss ich wette hier ist einer runtergefahren weil es auch versucht hat ich glaube ich richtig ach genau guck mal das aber auch ein zeitfenster ist ein arsch ist ich hab's wohl geschafft der amt im kleinen was brauche ich jetzt so ne teilung bin ich schon klingel des ruchs unerwartet das mist das ist natürlich eine sehr geile wort war und jetzt muss man einfach droppen okay gibt nur einen ausgang hier glaube ich auf auf zu den neuen landen ist das nebisch hier ist ja widerlich so derzeit die gnade zeigt darüber hast du mal kurz irgendwie ist hier was wieder mit dem das tuch hier über so okay das dauert noch ein bisschen ich will jetzt mal die gegend jetzt erforschen jetzt komme ich immerhin in diesen abschnitt warum moment 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 warum ist hier schon ein rufungszeichen das macht ihr doch nur wenn ein boss in der nähe ist oder nicht wie gut der fahrt soll hier lang führen und sieht gar nichts gell was hier passiert ich will wissen was ihn gekillt hat okay die wurde aufgelauert hinterhalt voraus das war das wahrscheinlich scheiße bin runtergefallen die kleinen pimpfe haben wir aber schon in keilich gesucht okay reicht reicht scheiße ok wie viel challenge keine ahnung ich will nur in city führen ich habe heute nicht city gespielt du scheiße warte da fällt man runter ok da geht es gar nicht weiter ey es ist so eine schlechte gelöstung ist ja widerlich ok ich werde mal vorbei ich will meine wohnheit machen ja du mich auch natürlich die kleinen wow chillt mal du scheiße wie viele von denen kommen da bitte nein 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 was ein Mist nö der Rest ist auch noch nicht fertig sind wir 82% und New Game Plus fehlt ja noch und Harley Quinn's Revenge machen wir alles noch sieht man ja auf youtube dann scheiße ja verpiss ich die kleinen pimpfe Nerven ne zumal die gar nicht mal so viele Ruhnen einbringen warum sieht das aus wie Finger gucken ok ich kann jetzt trotzdem rein ja ist ja gut wo richtig wieso kann ich denn reicht jetzt hey der hat mich angezündet ich bin immer noch ein bisschen fahrt aber jetzt zu reiten zu schmal wird ich falle da safe runter wäre besser wenn der nebel sich mal verziehen würde könnte man was sehen das sind hier viele blut ja wegen denen kasper ne reicht jetzt halt nicht mal schnell gegen euch hab ich das Pokémon verloren wow 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 die sind gar nicht so schwer zu besinnen aber wieso scheiße magie macht so hässlich damage ich kann kein Wort zu Jakob wo man ist noch da wo kann man glaub ich denn schade ich das war ein Kriegsasche Musik ist so bedrohlich ich weiß noch eins aber ich muss noch eine bis jetzt Du musst doch irgendwo... Nerv mich doch mal! Ja, gibt es. Die Klasse, die ich eigentlich spiele, ist auch ein Fernkämpfer, aber ich hab den auf Nahkampf getrichtet. Da ist mehr Challenge dabei. Die wollte ich haben. Und hab's mir dann halt auch schön schwer gemacht. Aber jetzt zieht der Bandit ganz schön an. Was ist denn hier los? Ah, da oben ist ein Monolith. Dann kann ich ja nicht die Map aufdecken. Cool. Irgendwas ist hier gerade mit diesem Frame, gell? Das nervt. Dieser Streifen. Ich muss mal gucken, ob ich den rausedit hier. Bekommen wir gleich. Vererde. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Okay, reicht, ne? Den großen davon hab ich doch auch noch nicht besiegt. im Bestiarium. Hier, ich schenke dir eine Spielkamera. Lass mich nur. Wer weiß, ob ich ihm überhaupt genug Damage machen kann. Wollen wir sehen? Warum können die alle diese hässlichen, roten flammen? Ich wollte mich heilen! Der ist ja krank, den kann ich noch ganz viel. Guck mal, wie wenig Schaden ich dem machen würde. Aber ich muss mal hier was gerade einstellen, dass dieser Streifen da verschwindet. Das nervt mich schon ziemlich. Ich schaff, da ist es. Kleinen Augenblick. Ja, es gibt auch Mager. Mager ist komplett der Easy Mode. Ah, warte mal. Ich habe die zweitschwierigste Klasse gewählt. Schwierigste wäre der Bettler. Aber so krass habe ich mich noch nicht gefühlt. Und dann habe ich den Bettler-Durchgang auf dem englischen Kanal angefangen. Fuck. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ich weiß, dass ich ihm gar keine Elementarscheiden machen kann, ne? Also kein Bleed, kein Scarlet Rod, kein Frost. Geh weg. Okay, okay, das reicht. Wir machen das so fett. Dann kann ich besser ausweichen und abhauen. Guck mal, was habe ich denn? Wow, mach mal nicht die Bäume so kaputt hier. Wenn ich in Bewegung bleibe, trifft er mich schwieriger. Jetzt habe ich es gesagt, er hat mich erwischt, ja? Das ist natürlich immer die pure Ironie. Er trifft mich kaum, weil ich unter ihm drunter bleibe. Mit dem Pferd. Wow. Wow, wow, wow. Aufpassen. Komm, den würden wir doch schaffen können. So ist das also, wenn man dann gegen einen Boss kämpft, der... Ai, caramba! Was war das, alter? Du Scheiße! Ein Drittel der Leiste nur. Ach du Scheiße! Wie der auf einmal Zugkauen hat. Und ich wollte schon sagen, so ist es also, wenn man gegen einen Boss kämpft, bei dem man gar keine Schäden machen kann. Was Elementarkräfte betrifft. Hey, wo sind meine... Okay, ich wollte schon sagen. Ich wär... Ich war schon fest auf. Nein, 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 nein! Ey! Ich hab mich grad geheilt, ne? Der ist aber kleiner als der beim Bestiarium, oder? Okay, reicht. Diese Attacke war das. Boah, die ist ja echt hässlich. Also, der ist unabhängig von der Phasen, der sich gerade befindet, ja? Boah! Ruhig dich. Dicke Chilpil. Das hüpft nicht mehr, war der weg? Reicht doch jetzt! Ja, natürlich! Theoretisch könnte ich an ihm vorbei... Ja, ist ja gut. An ihm vorbeireiten und ihn ignorieren. Wenn ich ja erst mal nur die Karte will. Versuchen wir's mal. Gude und tschüss. Und so weißt du Bescheid. Komm nicht! Hier ist noch der Gnade. Komm, 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 komm. Fuck, 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 fuck. Wer kommt? Los, sättet es sich in sittetchen. Hu! Was ausgedrehtes? so ist das hier ist ein fahrstuhl warum ist da oben eigentlich hey da ist auch ein gegner oder was gibt was auf zudem komme ich zurück wenn ich noch krasser gelevelt bin und es mit den steinfischern aufnehmen kann weil den beim bestiaren machen wir dann auch blatt wenn das der fall sein sollte große aufzüglichen rund jetzt ist die frage machen wir erst den invader oder ist er ist er nicht hier sondern oben das könnte sein dann fahren wir ein stückchen sagt mama ist da kein licht das war das medaillon was ich von der melina gekriegt habe okay objekt voraus wie krass ich bin quasi über den wolken das war gar keiner die nicht schlagen muss denn da muss ich erwischen ich wollte schon sagen das war nur die markierung ach du mann erkennt von hier noch stonewall castle und die heiligen türme ach du ach wie krass ist dieses spiel jedes mal wenn ich zum neuen abschnitt komme ist meine reaktion die gleiche hier geht es aber nicht weiter bergipfel der riesen das sieht aus ob ich da runterfahren könnte das trage projekte ok karte karte das west ach nee ach nee guck was ey was wie groß ist die ich bin nicht getriggert dass sie immer noch diese ritz zu sehen ist ja jetzt geht das und das ist und das ist